Welcome to the Umbrella Archives. Please select the desired service from the menu. Open your mind. Let it begin. Stimmung in der ersten Klasse. Europas Regierungschefs beim angeregten Plausch gut zwei Kilometer unter Stein und Geröll. Die feierliche Eröffnung des Gotthard-Basistunnels, ein Jahrhundertereignis. Da waren sich alle Redner ein Herzstück einer Hochgeschwindigkeitsstrasse von Rotterdam bis Genua. So die Idee. Im Süden aber endet sie bislang auf dem Güterbahnhof hinter Mailand. Und im Norden geht es hinter Basel nach Karlsruhe im Schneckentempo weiter. Wir wissen, dass wir verspätet sind. Wir wissen, der Gotthard-Tunnel ist sozusagen das Herz, hat jemand geschrieben. Und die Aorta fehlt noch. Und deshalb... Now hold on. You're not the first son of a bitch to wake up out of their dream. Burn time. You're not the first son of a bitch to wake up out of their dream. Burn time. Brother, life's a bitch. Ist unser Verkehrsminister jetzt mit großer Intensität dabei, die Rheinschiene auch möglichst schnell voranzubringen? Es wird noch dauern. Ich bin in der Arbeit und in der Nähe Verkaufel, bis in die Rheinschiene auch möglichst schnell voranzubringen? Ich bin in der Nähe Verkaufel, bis zum Abschiffunnen. I bin in der Nähe Verkaufel erманst, bis zum Abschiffunnen. Ich bin in der Nähe Verkaufel. Motherfiel, bis zum Abschiffunnen. Ich bin in der Nähe Verkaufel. Ich bin in der Nähe Verkaufelung. Anbetten von Niemals.